Moin moin Leute, Alex vom Ahrensburger Clan hier und heute haben wir mal ein Gun Game Live Commentary auf der Map Nuketown. Nuketown, die Map kennen wir ja noch gar nicht, da haben wir noch gar keine Gameplays drüber gemacht. Noch nie. Nur ungefähr gefühlte 2 Millionen. Nein, aber bei diesen 30 Tagen, also diesen täglichen Videos im Februar hatten wir die extrem oft. Und sorry, dass jetzt nochmal dran kommt, aber anscheinend wollen die Gegner das. Außerdem wird das schnell vorbei sind, also müsst ihr hier nicht lange zugucken auf dieser scheiß Map. Woher sie ist eigentlich ganz okay. Ich mag sie. Ja. Was soll doch da sein? No. Komm schon. Was gehört? No. Komm schon, lad nach, lad nach, lad nach. Kleiner Camper. No. Was ist denn hier los? Ja. Diese kleine Camper Schnipfel. Geht doch. Endlich mal ein Kill. Haha. Ja. 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 Endlich mal ein Kill. In the Money. In the Money. Wow. No. Komm schon. Da stört man doch schon. Ah. No. ich hab dich gesehen und gehört nein geht doch ooooh voll daneben gezielt nein ooooh ich hab noch seine Waffe schon gesehen ja 2 kills dann doch nicht ooooh hinter mir war der wo bist du ich hab mich gehört gerade was geht doch ja nicht mit mir und will nicht erster wir werden dieses match mindestens als erster verlassen ooooh immer der immer der weil nicht hier oben nein der war drüben geht doch der andere hat schon sein messer wie es aussieht nicht mit mir ooooh ich muss wieder nachladen was zur Hölle ooooh was zur Hölle ich hab doch gemessert ich hab ihn doch getroffen eigentlich ja ja oh doppel kill verdammt ich bin ich bin ich bin das ich bin ich bin ich bin ich bin holl ich bin ich bin wieder einen Kill. Nein, komm. Dann haben beide genau die gleiche Waffe. Müssen beide nur noch einen Kill machen. Scheiß auf einen guten Kill. Hauptsache, gewonnen. Uh. Das ist was von diesem Match. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht zu bewerten und zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.